hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play part vom secret 2 diablo 2 vollen let's play genau ich bin leider gestorben ich muss ja den pc neu starten damit obs nicht den ganzen pc mit einem bluescreen random crashen lässt und habe direkt so einen minotaulen gehabt in rare und der war übertriebsstark also sehr 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 zäh und sehr stark und da muss ich also wieder hier hinlaufen da ist zum beispiel ja genau so einer ich habe angst nicht so nah bitte kommen er macht ultra viel schaden ja aber ist durch den mager der hat ja eine andere schadensart und meinen mehr kult schaden jetzt wegen umwandlung ich zeig es gleich ja so und ich muss glaube ich irgendwie den golem hm ja ist umgefahren komm bevor wir sterben seht ihr wie viel schaden er macht und das noch ohne minions und so direkt bei start ich habe so fast zwei minuten gegen ihn gekämpft jetzt und jo ist ziemlich viel zu op vielleicht auch wegen dieser brand oder die fire aber bitte jetzt bitte ja jetzt und der golem hat sich irgendwie regeneriert der ist irgendwie gestunnt und stirbt nicht und dann plötzlich ist er wieder am kämpfen obwohl er wahrscheinlich ganz lowlife war oder er wird lowlife und dann hört er auf aggro zu ziehen und ja jetzt glaube ich ein bisschen betäubt ok sehr kompliziert jetzt gerade ein bisschen ja der mod ist heute einfach nicht balanciert man muss manchmal sterben weil irgendwelche random gegner so übertriebsstark sind aber gut ja ich habe schon das gefühl dass es halt wirklich auch einfach multipliziert wurde und ihr wisst wahrscheinlich von anderen games und so wenn es irgendwie mit prozenten gemacht wird kann es extremst ausfallen kennt wahrscheinlich andere character beats von verschiedenen spielen und so browsing ist nicht gut wenn es prozentuell ist aber jo so das ist der schatz die schatzkammer die wird natürlich bad mit höheren leveln und mehr mf und so sehr viel ertragreicher sein aber jo alle fertigkeiten ist ziemlich gut noch ich glaube der cast die cast speed können wir weg machen also rüstung hätten wir mit eis ich weiss nicht ob ich solche amulette mal aufsparen soll und lagern soll solange wir mal platz haben machen wir erstmal wird aber später dann nicht mehr so stark sein schaden magie zabe in der inzität ja also erst einmal ich bin ja gestorben bin beim händler wieder aufgetaucht dort am strand und habe mir diese rüstung geholt die war dann eigentlich gerade sichtbar im angebot und das heisst wir sind noch ein bisschen zäher geworden blockchosen nahkampf ist natürlich auch sehr toll und dann noch diese handschuhe mit schadensumwandlung auf eis nach eis sehr gut und regeneration pro treffe ist auch ein bisschen gut und äh noch ein item oder so ich weiss nicht schuhe genau mit allen fertigkeiten ohne bewegungsgeschwindigkeit gut also hier sind wir fertig ich mache jetzt hier natürlich nicht weiter wo es so schwere gegner gibt hier noch die quest abgeben und danach müssen wir mal ein bisschen umschmieden gut beim händler vorbeischauen macht jetzt glaube ich keinen sinn ähm genau jetzt können wir eigentlich die hubquests mal folgen oder wir machen im startgebiet einfach ja vor allem für die schmiede natürlich ah im zweibach ist die schmiede stimmt also dann könnten wir eigentlich jetzt hier weg gehen hier gibt es übrigens ein paar licht äh quests die bei licht sind glaube ich oder bei schatten auch aber nicht gerade so und ähm jo ich weiss nicht wo ein schattengebiet ist wo es schattenquests gibt mehr aber ja wir sind ja schatten als inquisator können wir gar nicht nicht nehmen gut er ist sehr fröhlich und ja die belohnung ist sehr schlecht ich bin eine seraphine also inquisator ein seraphine item oh gut also hier oben hat es noch ein paar Sachen, aber wir gehen können wir nicht ja, gehen wir die noch die Quest ab ja an da gehen und vielleicht habt ihr es gehört, einfach mal anfangs Part ein bisschen hinhören oder so, es ist glaube ich Torchlight 2 Musik noch drin also habe ich doch richtig gehabt dass noch in anderen Games diese Musik hinzugefügt wurde ist doch schön ah ja, der Magie die finden sich hier besser ein bisschen Magie-Defensive wäre nicht schlecht ich weiß nicht, wieso hier unten so eine Linie ist ob die schon immer war oder ob ich irgendwie da etwas anders habe, vielleicht einen Bug oder so aber ich finde die Linie noch ziemlich schön gut, hier haben wir sonst nichts mehr zu erledigen als die Quest abgeben ah, jetzt okay Blinke, Beinlinie des Picks ah ja, die Picks hat das bekommen mir ein bisschen bekannt vor gut, hier haben wir noch eine so haben wir noch ein paar, ja eben auf Saugen Aspekte mach, auf sich und Tefte sind jetzt nichts für uns wir haben ja eine Chance und Handlung auf Eis Handschuhe, das ist wichtig und ja, die Invisator items können wir mal hier das nicht geteilte Fach legen und Handeln möchte ich mitnehmen und die Wurfsterne die sind nicht mehr an Schadenring ja, für Nachkampf ist das glaube ich zuständig oder die Blanken oder ob es jetzt auch Magie verstärkt oh, da bin ich gar nicht so sicher ich glaube eher nicht oder doch eher also das ist bei Diablo 2 nicht gewesen bei Sacred 2 weiss ich das gar nicht wir könnten es versuchen Ring an und Ring aus ähm, hab ich ja jetzt wirklich schade also Barry nehmen wir mit jetzt nicht Barry, sondern Barry sonst haben wir noch eine Brucht dabei die Musik ist, glaube ich, einfach so Blutmo so Außengebiete, Akt 1 und ja, aber 2 mag ich jetzt nicht so sehr so ein bisschen zu countryhaft sogar sehr Gitarre ist aber auch ja, ertragbar so Mephisto wirst du gekillt ich bin wirklich sehr, sehr nah ein bisschen Profis gewesen ich habe sie immer so mega machen lassen und ich bin einfach nie hinterher gekommen ich habe einfach auch die Items noch ein bisschen länger anschauen müssen und so zwischendurch ich bin, ich habe mich nie als Profi gefühlt bin doch aber auch eben von den Profis supported worden ich habe mich aber nie gefühlt das würde ich auch Profi sein ist ja auch schwer das Kram, wenn man so Krankheiten hat wie ich, so Nervenkrankheiten und so möchte man auch nicht gerade so mega Profi sein ich gebe mir sehr viel Mühe aber nur so viel Mühe wie ich auch wirklich aushalten kann und dafür eben auch ein bisschen weniger schmerzempfindlich oder so ich habe ja trotzdem Schmerzen also mache ich einfach weiter und versuche das Beste aber jetzt wirklich zu sagen ja, ich bin irgendwo wirklich der Profi kann ich natürlich nicht ich bin zu fest eingeschränkt so, wir haben den kleinen Mamas-Bär-Liebeln was heißt der Mamas-Bär-Liebeln also haben die Entwickler gekauft ja gut, schon aber wir haben ja die Mutter töten müssen also sie war sie war böse sie hat uns angegriffen sagt dann der Draco, der alle gilt nein, das ist einfach gespielt im real life, wenn ja ein Bär mich angreift dann würde ich ihn einfach angreifen lassen und abhauen ist er ein Memme aber Bären sind schneller als ihr denkt ich werde natürlich mit meinen coolen Akrobatik-Skills natürlich ausweichen können fliegen können aber das ist ein normaler Mensch der irgendwie wandert oder so das sind halt Raubtiere sie könnten angreifen könnten irgendwas beschützen oder so meistens greifen die Bären wahrscheinlich nur an wenn sie Kinder haben auch wieso reden wir eigentlich da habe ich jetzt schon zwei Parts über Bären weil sie ein grosses Gegner hier sind und Wildschweine ja auch sehr stark sind komm wir gehen mal Wildschweine jagen so ist die Gotik-3-Meme da waren sie ja mega mächtig mit den Knockbacks ja mit dem Sekret eigentlich auch Wildschweine sind ernst zu nehmen der Gegner früher gab es ja immer so diese Japano-Rollenspiele meistens nur oder auf PC eher weniger aber auf Konsolen und da gab es ja immer so die Gegner die wirklich völlig lächelig aus sind so kleine Wieselchen die hat auch ziemlich zäh und stark das war immer so wie gerne möchte ich mit euch Alundra 2 ist jetzt zwar nicht so berühmt und gut angekommen das ist ein Spiel das zwar wirklich anfangs noch ein bisschen schleppend ist aber dann ziemlich gut wird wirklich ein tolles Asia-Rennspiel da kommt jetzt mal kurz da noch ein Punkt Knochen-Shield auf jeden Fall magischen Schaden außer Feuer, Eis, Knochen-Sperre, Ajaku aber er misswirkt ja nicht, weil der Mord hier bis zum Jawa-Rennspiel das ist jetzt gar kein Feuer-Schaden oder Magie-Schaden wie wir jetzt genommen haben und ein ganz interessantes Wort also aber das Shade haben wir momentan nicht ich brauche den Golem sicher mal ich brauche den Skelett-Mage auch wegen dem Schaden auf irgendwelche resistenten Gegner also momentan ist einfach das Knochen-Shield noch nicht so nützlich wir sind ziemlich zäh geworden aber der Schaden könnte wieder stärker werden naja, fehlt jetzt auch mal eine Z1, die wir jetzt dann sicher gut bekommen gut, also machen wir jetzt andere Musik das nervt jetzt gerade kommt macht den Beat er ändert die Musik in diesem Spiel das ist ja auch immer Nacht kann das sein, dass er irgendwie immer Nacht hat? ne, es ist doch da gewesen dass ich draussen war in diesem Versteck außen, Dorf, in einer Bucht also hier haben wir noch die West zum Abgeben die habe ich mal angenommen für die Relic wie heißen sie hier rein ich denke ich mache ein Live-Team heute also heute wird es ein bisschen schwer vielleicht also erst später aber sicher morgen und über das Wochenende mache ich Live-Team das ist morgen Donnerstag also morgen sicher Donnerstags und Freitags vielleicht auch Samstag, Sonntags also Freitags vielleicht nicht ich muss mir noch ein bisschen entscheiden können wir haben auch einen neuen in der Wege und dann möchte ich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen ein bisschen da sein hab ich jetzt gerade mit dem Zauberstab es viel Schaden gemacht 500 oder 200 300 das ist wahrscheinlich der Golem oder der Mager ja, der Mager die sind so ultra stark ist da irgendwas falsch gelaufen mit der Berichtung da wollte das der Motor doch auch machen ja, also mit Balancing muss man ja nicht sprechen das ist eben noch recht total schlecht aber es macht auch Spass manchmal auf die Presse zu bekommen manchmal auch so die Abwechslung macht sie das ist ziemlich motivierend für mich und vielleicht wirklich auch zum Zusehen Schreibt mal in die Kommentare was ihr besser machen würdet bei diesem Mod wenn ihr das Hauptspiel natürlich gut kennt könnt ihr auch so ein bisschen den Unterschied und so sagen sonst einfach verbrauchen und ja, ich freue mich natürlich über Kommentare sehr sehr gerne und kommentiere wirklich fast jeden Kommentar so ein He und ein ja, Werbung oder so werde ich natürlich nicht kommentieren ich bin aber einer der eigentlich Werbung lässt nicht unbedingt um die Werbemacher zu unterstützen oder so aber ich bin nicht einer der wirklich auch die Werbung wegblendet außer es ist irgendwie ja illegal also nicht gerade sehr jugendlich freundlich kinderfreundlich ich muss ein bisschen mehr auf die Minimap schauen denke ich mal man sieht es da so dunkel so die Musik geht wieder völlig in Ordnung aber könnte auch könnte auch Dungeon City 2 sein ich habe so Lust die Games alle zu zocken aber immer schön mit Aufnahmen dass ihr da zuschauen könnt vielleicht auch Livestreams eher manche Games wirklich mehr im Livestream ich könnte sie auch ein bisschen so ja also Sacred 2 sind sicher auch als Livestream und auch als Video aber Grinding beziehungsweise einfach Sachen die jetzt nicht unbedingt so wie die sind eher im Livestream da können wir auch zusammen reden und ja ihr könnt schreiben oder auch mitreden über Discord sehr gerne ja dann die Profis also wirklich die Sacred Fans die können ja mit mir ein bisschen reden auch natürlich Leute die das Spiel nicht kennen ein defensiver Turmschädel ist das ja das ja ganz gerne schlechte Schädel noch ja jetzt ist es gerade ein bisschen schleppend die Gegner sind leider recht viel und zäh noch ja so durchbuchse geht ja sehr schnell die Kampagne kann man eigentlich wenn man sich wirklich auf die Kampagne konzentriert sehr schnell durch ja Rüstung Magie ist nicht so wichtig 64 Rüstung 10 Rüstung wir haben es noch fehlt war das alle Kampfkünste ja allgemeine Fähigkeiten muss ich leider wieder wissen weg machen hmm Wiederbelebung brauchen wir nicht und das haben wir noch nicht dann die Flüche Bildung da gibt es zwei Punkte das habe ich gedacht nicht nicht es wird unrichtig angelesen macht Stoss macht so Schändung was ist das noch alt und ist Doppelgänge haben wir Doppelgänge ich tue eigentlich glaube ich ein bisschen langweilig gerade mit Doppelgänge noch nicht aber so Sachen machen wir einfach damit wir die Fähigkeiten haben aber ist noch ein bisschen wichtig wenn das Spiel halt so will ein bisschen langweilig sein dann ja kann man es kaum vermeiden auch als Let's Player ich habe übrigens in letzter Zeit recht viele Streamer wieder bei Twitch angeschaut ich war ein bisschen abwesend von Twitch ich habe ja auch mal versucht bei Twitch wieder zu Livestreamen und es ist immer wieder ein bisschen abgestürzt und so aber ich denke es ist so weit dass ich es da wirklich ja sehr stabil jetzt machen kann suchen ja ich werde vielleicht einen morgen Stream machen können ja ich werde am morgen ein bisschen Minecraft streamen weil jetzt vor allem die also nach dem ersten Part Minecraft äh ja Schwimmbau muss ich jetzt auch ein bisschen die Insel vorbereiten für den zweiten Part wird schon schön etwas bauen können ich denke wirklich das Schiff baue ich auch noch das wird sonst zu einer Tortur weil da muss man wirklich die Blöcke manchmal umgelegen und so es wird eine Tortur das in einem Part zeigen zu können würde mich auch zu sehr gestrissen dann fertig zu werden gut also fest geht weiter immer wie immer ihr dürft gerne kurz das Video pausieren und das durchlesen falls es euch interessiert aber das immer durchzulesen als Let's Player es geht einfach nicht da würde man so elendig lange dran bleiben müssen zeitlich wirklich sehr schwierig aber als Spieler gern könnt ihr auch natürlich das Door durchlesen macht aber einfach niemand haha auch niemand hier gibt es ja diese Wolfs ähm ja Gnome die gibt es wirklich nur hier ich habe nirgendwo eine Region gesehen wo es diese Gnome noch gibt auf dem Wolf das ist richtig cool dafür mag ich dieses ganz winzige Gebiet hier sehr gut so einzigartige Gegner so ähm wir haben nichts überhaupt bekommen also wir gehen jetzt gerade hier runter haben aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Skelette jetzt vor uns hm gehts jetzt wirklich hm hier hier richtig ja hier so so jo jo der Charakter spielt sich schon gut eben der Schaden ist noch nicht so hoch dann macht er hier auch die Skelettmage wir wir haben ja eigentlich ja auch noch kurz zum Schmied wollen gehen das müssen wir ja jetzt machen in der Hauptstadt zum Beispiel warte würde ich jetzt sogar kurz hm ich komme nicht mehr dorthin gut noch zwei haben sie ah ich habe es einfach vergessen ihr natürlich nicht ihr habt es gewusst so so also auch die Skelette 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 alles ist ein gut spiel besiegbar und Skelette mag wirklich nutzt vielleicht wirklich auch diese ähm kunde da unten unterwert kunde äh nicht kunde fokus genau unterwert fokus um ähm da wirklich noch ein paar Supporter zu haben die halt ja nicht immer angreifen aber mich unterstützen und ja Minions sind wirklich in diesem Spiel an dem man nicht gerade gut egal ob es gemotet ist für das Hauptspiel sind einfach nicht so gut durch diesen Bug dass die manchmal echt nicht wissen was sie machen müssen schade ja hatten sie das Spiel einfach nicht gerade so extremst umfunkreich und schön gemacht und dann sind sie viel mit mehr Erfolg da gewesen die Entwickler haben einfach vieles falsch gemacht schon mal aber dafür ja man ist einfach auch Fan Secret 1 war ja gut genug hier ist auch mal ein Projekt würdig vor allem mit einem Reborn Mod heisst er und so wird sehr schwer sein aber und ja ich mag die Grafik irgendwie nicht so die ist super pixelt macht mir in den Augen ein bisschen weh aber nur zu Kommentare gell ihr dürft es bei mir auch sehen und wenn es auch gut geht zum Aufnehmen zum Spielen sicher aber zum Aufnehmen könnte es vielleicht ein bisschen Probleme machen aber was ich eigentlich noch mache wenn ich wirklich mehr Zuschauer habe ist Dungeon und Siege 1 vielleicht sogar zusammen ich weiß nicht mit 6 spielen glaube ich geht das Maximum oder 8 zusammen cool aber ich glaube für die Kampagne muss man einen Mod runterladen um zusammen zu spielen ich bin mir nicht sicher ob es geht weil alleine ja der Anfang schon aber so ab Level 60 oder so ich weiß nicht was das Max Level in der Kampagne so werden wir nun umgedrehen ist dann wirklich sehr selbe es gibt noch eine Map und die möchte ich dann gerne im zweiten Schwierigkeitsgrade machen also nicht der Schwierigkeitsgrade die man auswählen kann sondern dass man einfach das wiederholt und dann nochmals ich glaube Veteran und Legendär heissen sie und dann natürlich nochmals die Chance bekommt bessere Ereignisse zu finden und so macht sehr viel Spass darf ich sonst ja auch nicht ein Easter Egg Level finden weise gar mit dem Addon ein drittes oh die Grube der Verzweiflung jetzt könnt ihr mal vorstellen wahrscheinlich vom Namen her was das sein wird aber Wahnsinn so ich brauche Alte Magenz ich muss noch den Schaden irgendwie hoch bekommen ja ja und ihr seid dann auch einige genauer also wir gehen jetzt wirklich hier außen durch wir gehen eigentlich hier hin so da gibt es ja die blöde Quest wo ein Mädchen angegriffen wird und es sind einfach zu viele Skelette äh ja eigentlich hier mehr aber wir sind jetzt schon hier eher wir sind südöstlicher hm Weetschweine den hat stark oder sehr gut besiegbar Wollen wir ein bisschen in den Osten gehen einfach so just for fun ich habe jetzt das Gefühl das Menschengebiete wird noch ein bisschen zu zäß sein und zu schwer und so denn diese Quest ist irgendwie nicht geblockt das es nur in der Lichtkampagne gibt keine Ahnung wir werden in Gold wirklich auch mehr Quests machen eigentlich jetzt schon aber die meisten Quests sind einfach noch ein bisschen zu nervig nervig schlecht balanciert low level ähm in der Stadt ja es gibt nicht soo gut Quests ein paar ich weiß schon ein paar die wirklich lohnswert sind denke ich mal also bleiben wir noch ein bisschen in der Stadt denke ich mal einfach mal aufstehen der Cooling ist wieder ist ja erstaunt gut das ist wieder ein bisschen besseres Gebiet ja es dauert halt ein bisschen noch aber dafür wird es dann auch wieder so viel cooler ich wusste wirklich am Anfang nicht ob ich wirklich Knochensperr gut spielen kann Single Target und so aber irgendwie die Modifikationen haben den Umfang irgendwie noch ein bisschen erweitert oder das war schon immer einfach optisch nur so ein böses Teilchen fühlt sich echt toll als ich dachte nur eben noch ein bisschen zu wenig Schaden der wird gleich aufgemutzt der wird sehr stark stein ich glaube der Golem brauchen wir wieder ok haben wir gar nicht gesehen ist aber die Dreharte wann habe ich das Setteil bekommen schreibt es in die Kommentare ich schaue mir natürlich das Video auch an aber ich schaue ich mache das jetzt extra nicht damit ihr das berichten könnt wie habe ich das zu tun alles freiwillig so wir sind noch ein bisschen falsch habe ich das Gefühl ja jetzt noch drei Parts ein bisschen trocken im Mund und heiß aber mir fehlt ein bisschen die Zeit muss er sofort vorproduzieren dankeschön und ja ich bin halt auch schlaflos wieso gehen Heiltränke manchmal nicht ich habe fast wieder das Gefühl gehabt ich muss sterben da einfach die Leertaste gesagt hat Nö... ...oder das Spiel eher... Nö, du machst jetzt keine Halter. Es ist wirklich so. Das Spiel hindert uns manchmal wirklich, die Halblinke zu bringen. Auch wenn wir nicht angegriffen werden. Kein Rekdull oder kein... Wichtstoßzigsex haben. So, Dankeschön. Jetzt kannst du auch wieder ein bisschen spannender wenn du den Spiel spielst. Zu sich jetzt momentan ein bisschen zu viel durch diesen Mod. ja eben also bei mir müsst ihr nichts wirklich anschauen wenn es euch nicht gefällt oder so ich zwinge euch zu nichts gar nichts zu machen aber manches spiel habe schon das gefühl es muss jetzt nicht unbedingt so sein dass ich da ja auch viel zeigen kann oder es tut mir ein bisschen leid wenn es wirklich nicht gerade so spannend ist manchmal sind die spiele man kann als let's player auch nicht viel machen live streamer sind ja auch manchmal es geht um uns langweig zu sein oder so ich mache dann nebenbei auch noch etwas anders dann ist es nie langweig zu schauen so ich muss noch den hasen haben wir haben zwar die mütze jetzt schon in silber geholt defensiv muss ich also alte magie noch nicht zu holen wenn wir dann vierten haben pro level ja erinnert mich ein bisschen mit dieser roten masche an den lindschoko goldhasen ja aber ich muss um den technisch verprocknen halt oh mann die flasche bin ich so durchgespielt worden kommen selber weg raus noch komische töne zischgeräusche eben manche gegner sind aus sec.1 diese komischen äh was sind das für miche nagelzeugs vielleicht von einem anderen game auch ein bisschen wie spellforce aus aber nein es ist ein anderes game oder könnte einfach selber gemacht sein von fans oder so also machen wir weiter mit der stadt gehen sie erst mal dort zur arena um das portal frei zu spielen und hier gibt es eine hasen töte mission ist jetzt nicht ganz so schwer ja eher nervig zinkern maschine boah makaber das könnt ihr auch wieder ein set tanken droppen deshalb sehr wichtig zu machen gut da war noch ein also das ist wahrscheinlich mitgekommen die haben sehr wenig resistenz 214 ja diese reiche das liegt wirklich am zauberer an der optik sonst als man halt überdenkt ja der ersten target so also 5 und 10 das heißt wir haben dieses gebiet fertig und müssen da auf der anderen seite gehen so dankeschön kohlen scheine hm du 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 so dankeschön kohlen so dankeschön kohlen dieses gebiet ist hier ein bisschen zu viel mit hecken abgeschwirt aber wie haben die das gemacht mit diesen spontanen da muss man ja eigentlich elektrizität haben jo ist halt wirklich der entwickler hat da alles ein bisschen moderner gemacht würde ich auch machen. Ich würde jetzt nicht unbedingt ganz viel mittelalterisch oder antik machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja der Entwickler hat wirklich sehr gute Ideen gehabt, ein bisschen interessanter zu machen. Bin ja auch ein fancy Fan. Moderne jetzt nicht mehr so, also der 15er wollte ich kaufen, habe es aber dann einfach finanziell und einfach so typisch mich nicht mehr so interessiert, oder? Dass ich jetzt sage, ich kaufe mir so ein tolles Spiel, das auch so ewig lang dauert, wenn es mir nicht ganz so gefällt, ich eher andere Chancen lieber habe. Also Japano RPG ist einfach für mich nicht mehr so motivierend. Früher wirklich gerne gespielt, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie haben sich verändert, damals auf Super Nintendo und PS1, also PS1, waren sie noch viel spannender, interessanter. Aber ja, das ist meine Meinung, also ich muss ja früher öfter spielen, vielleicht habe ich dann wieder mehr Interesse. Aber wenn euch zusammen, wenn ihr auch ziemlich gerne schaut und sagt, sehr, sehr gerne. Also ihr seid wirklich die Gaming-Motivation für mich, ist sehr wichtig. Jetzt würde ich wahrscheinlich nur Fussball spielen und... Ja, ich spiele schon viel zu viel. Könnt ihr wieder aufhören. Aber ja, meine Gesundheit, also meine Krankenhäuser und Krankenhäuser, die... Es braucht es einfach, oder? Andere Streamer, ja, ist komplett gesund, voll mega viel Geld und so. Die können den ganzen Tag streamen und Videos machen. Ich kann es leider nicht so. Also, wissen wir eigentlich, wie das Nein zur Erlenung ist. Genau. Okay, machen wir das mal. Oh, schon sehr spät. Gut, also, haben wir einen längeren Part und die Utopita hat ein bisschen länger verarbeiten. Mache ich gerne zwischendurch, wirklich. Aber wir haben ja auch wirklich ein bisschen viel machen müssen, viel laufen müssen. Gegner gehabt, die zählt waren und so. Ja, wird wahrscheinlich einfach weniger geschaut oder... Ja, dachte ich auch lieber. Und beim Gladiator machen wir mal Pause und haben dann einen Arena-Kampfschlämpfer. Das waren's drei Lizarz-Achstenschen. Gut. Ja, der Charakter hat sich gemacht. Es macht jetzt mehr Spaß zu kämpfen mit ihm. und ja, einfach der eine Tod zwischen der letzten und dieser Folge, das liegt einfach am Mord, der ist völlig unbalansiert manchmal manche Gegner sind so unterstark aber gut es brauchte man auch noch zu laden ein bisschen und die Buffs sind auch nicht aktiviert das ist echt doof gewesen das sollte eigentlich nicht gewesen sein vom Spiel dass man direkt mit Gegner umzingelt ist irgendwo spawnt die auch eben so mächtig sind naja tschüss, tschüss Gladiator